Musik Warum gerade dieses Stück? Nun, dieses Stück hat beim Lesen schon Spaß gemacht. Man kann sich förmlich vorstellen, wie die Person über die Bühne sausen und Spaß haben, auch miteinander zu spielen. Und unsere Schauspieler. Eine prima Mischung, ein Teil alte Hasen, richtig erfahren, mit vollem Spielspaß und auch zwei neue Dinge dabei, die sich aber prima in die Truppe integrieren. Ich habe Angst, meinem Mann ist etwas passiert. Hallo, ich bin die Vanessa und ich spiele die Jule Schmidt. Ähm, ja, eine liebevolle und treue Ehefrau, die natürlich nichts vom Doppelleben ihres Mannes ahnt oder weiß. Und vielleicht einen kleinen Hang zur Lymphomanie hat. Polizei Montabauer? Tut mir leid, Kommissar, aber ich mache mir Sorgen um meinen Mann. Ja, also ich bin die Sophia und ich spiele die Susi. Und die Susi ist eigentlich eine sehr fürsorgliche und liebevolle Ehefrau, die sich immer um ihren Mann kümmert und sich aber auch schnell Sorgen macht. Kommissar Plattner, Polizeiinspektion Limburg. Ich habe da noch eine Frage. Hallo, mein Name ist Christian Wehz. Ich spiele beim Theaterstück Taxi-Taxi den Kommissar Plattner. Kommissar Plattner ist ein ruhiger, gelassener Polizist, der mit wirklich stummischer Ruhe ganz wenig Licht und das Dunkel seiner Fälle bringt und trotzdem das familiäre Gebeinigung vergisst. Wissen Sie, was ein Elfershelfer ist? Kommissar Fischer, der die Rolle, die ich spiele, ist in Gradlinie und aufrechter Polizeibeamter. Ein ungelöster Fall, ein absolutes Fremdwort, kennt er nicht. Aber was ein absolutes Tabo für ihn ist, das ist die gleichgeschlechtliche Liebe. Ich bin Ludger Jäger, ich wohne über ihn. Wie geht's? Also, Ludger Jäger ist ein überdrehter, schriller Modeschöpfer, der seinem Umfeld ständig eng auf die Pelle rückt und insbesondere dem eigenen Geschlecht sehr zugetan ist. Ich gehöre zur wichtigsten Statistik dieser Regierung. Ich bin vorübergehend arbeitslos. Wenn Gärten, ein Assi mit Herz, probiert natürlich seinem Freund Chris immer zu helfen. Aber so richtig klasse kriegt er das nicht. Wenn Susi das von Julo und mir hier in Libor gefällt, dann ist die Hölle los! Ja, der Chris Schmidt. Meine Rolle. Was faszniert mich so da dran? Naja, so das Interessante an dem finde ich halt, dass das ja eigentlich bis auf die Tatsache, dass er mit zwei Frauen verheiratet ist, ja wirklich ein ganz normaler Typ ist. Das ist auch kein sonderlich qualifizierter Lügner oder sonst irgendwas. Also, wenn der lügen könnte, wird das ganze Stück vielleicht nur zehn Minuten dauern. Aber ich finde, das macht ihn halt auch gerade so ein bisschen liebenswert, dass er ja wirklich versucht, dass wir eigentlich gar nicht, dass alle unglücklich sind oder traurig sind. Aber er hat auch ehrlich gesagt kein Interesse, jetzt nur mit einer Frau verheiratet zu sein. Hallo? Gefällt doch irgendjemand? Wer fehlt denn noch? Monster! Na gut, dann mache ich halt auch mit. Erstmal. Erstmal. Dann geht es nur mit. Wir gehen. Bis zum nächsten Mal. Name. Rabuskack. Say哼. sustainable ¿ إلى? Wir? Vielen Dank.